Hey David! Komm wieder raus! Laufen Sie weg! Sie waren so tapfer, Inspektor. Seien Sie jetzt nicht feige. Wo ist Balthasar? Balthasar? Oh mein Gott! Genau wie bei ihm jetzt war damals auch bei deiner Mutter die Zeit gekommen. Los, öffne die Tür! Hör auf, mich zu bekämpfen. Los, mach die Tür auf! Die Tür auf, mich zu bekämpfen.